Falls du noch FIFA Coins brauchst, check gerne meinen Sponsor fifacoin.com aus. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode FIFA Gaming noch 5% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen. Die Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die ist natürlich von mir unterschrieben. Wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kauft und der Schwitze. Seid die Besten. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Pack Opening Battle wie jeden Sonntag. Allerdings ab sofort immer um 9 Uhr, nicht um 10. Gerne vormerken Leute, also schon eine Stunde früher. Immer aktueller als die ganzen anderen Leute. Ich wollte gerade sagen, aktueller als die ganzen anderen Leute. Wie vom Party Hogan, kennst du das? Von Getty News. Das kann ich nicht bringen. 3 zu 1. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Pack Opening Bingo. Wie immer jeden Sonntag. Allerdings war es ja bislang immer um 10 Uhr. Wir haben das Ganze jetzt eine Stunde vorgezogen. Und zwar ab sofort, jeden Sonntag um 9 Uhr Leute. Also schon mal früher den Wecker stellen und reinschauen Leute. Wix ist natürlich auch am Start. Was geht ab hier? Yo, what's poppin Leute. Eine Stunde aktueller als sonst sind wir jetzt immer am Start. Richtig geil. Und Leute, heute wahrscheinlich eins der geilsten Bingos überhaupt zu den Food Birthday Cards. Leute, das Ende war einfach kurios. Ihr müsst bis zum Schluss dranbleiben Leute. Das Bingo war eigentlich schon vorbei. Aber ich wollte unbedingt noch weiter Packs öffnen. Hab extra noch mal extra Cash hier vor euch raufgeladen und Packs geöffnet. Und es hat sich gelohnt Leute. Das war eine absolut heftige Food... Die war süchtig Alter. Ja, ich war echt süchtig. Aber es war auch eine absolut heftige Food Birthday Cards am Start. Deswegen bleibt dran Leute. Checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus. Falls ihr euch noch was holen wollt zu Ostern. Ihr wisst Bescheid. Link ist oben in der Beschreibung. Die Osteraktion läuft ja momentan auch noch. Zu jedem Hoodie gibt es natürlich wie immer. Eine Gratis Autogrammkarte dazu. Und die goldene Tasse gibt es auch gerade. Bis zum 6.4. Ja man, die ist richtig geil. Die gibt es limitiert zu jeder Bestellung von einem Hoodie dazu. Das heißt, falls ihr euch noch ein Hoodie holen wollt. Ob jetzt hier die alten oder die neuen. Oder die neuen von Wakes. Gangmatch ist auch am Start. Ist zwar nicht in der Beschreibung verlinkt, aber egal. Da gibt es auch eine Tasse Leute. Aber ganz ehrlich, checkt es einfach mal aus. Die beste Tasse EU West. Und dann würde ich sagen, checkt die Folge bei Tim aus. Links oben in der Beschreibung. Wir starten direkt ins Pack Opening Bingo. Bleibt bis zum Schluss an. Ihr seid die Besten. Let's go. Ich muss sagen, die Packs sind schon fresh aus hier, Alter. Mit dieser kleinen Kerze drauf. Alles Gute zum Geburtstag auf jeden Fall an Foot hier. Ihr wisst Bescheid, Leute. Happy Birthday in die Kommentare. Boom. Ich habe dir sogar 10 Sekunden Vorsprung gegeben. Jetzt fangen wir hier an. Korrekt, Bro. Richtig korrekt, Digga. Für die 10 Sekunden. Grüße gehen raus auf deinen Nacken. Ey, Coleman. Der hat doch eine scheiß St. Patrick's Day Karte, Alter. Aber das ist eine Squad-Billing-Challenge, ne? Ganz cool. Das ist ein Squad-Billing-Challenge. Ey, Mann. Harry, hör bitte auf. Erstes Pack-Harit, der krieg ich über das Kotzen, Alter. Der ist in jedem Pack-Ei bei dir. Ich weiß, es ist ja bei dir nicht am Stadion. Und bei mir ist in jedem Pack. Ich wirst dir. Da muss man drauf achten, ey. Hashtag Harit in die Kommentare. Der Typ war 13 an. Ja, du achtest einfach nur zu doll drauf. Ja, ich glaube, ehrlich, ey. Ich muss einfach straight discaden, damit er nicht mehr an meinen Start kommt. Aber der ist, ich würde, bei den meisten Leuten ist ja auch die ganze Zeit am Start. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, ey. Ja, du musst auch achten mal drauf, ey. Du hast ja echt bestimmt auch oft dabei. Du stößt immer direkt straight up, ey, Leute. Kennt er gar nichts. Ja, mich juckt er gar nichts, Digga. Ja, ihr wisst es ja. Ich frage mich auch, wieso du auch um 8. Ja, aber der Typ, der ist mal eingebrannt. Leute, wisst es ja. Es steht ja jetzt mittlerweile 3 zu 2 nach Blitzkoos. Tim hat ja letzte Woche... Ja, ich letzte Woche noch ein Blitzkoos geschafft habe. Genau das wolltest du dann sagen. Weiß ich. Dein Kürziger plus Argentinien. Ach. Oh, die Jogginghose. Legende, Ruli. Ruli. Hashtag Jogginghose. Die Legende, Digga. Richtig nice. Okay, darüber freue ich mich auch, wenn es nicht Messi war. Obwohl Messi kann es ja gar nicht gewesen sein. Der wäre ja Man of the Match gewesen. Die gibt es ja auch noch, Leute. Also, bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Heute, es wird heftige. Man of the Match-Karten, Food Birthday-Karten, Walkouts, Informs. Alles, alles, ey. Free Coins. Hast du schon. 87er-Plus-Spieler. Ja, ich mache jetzt, glaube ich, gleich direkt mein erstes... Ich glaube, immer so 2-3 Packsen. Oder mache ich meinen ersten Joker hier. Oh, 2-83er. Das ist voll dem immer so früh zu öffnen, ne? Ja, 2-83er hintereinander. Ach, komm, halt dein All-Martin wahrscheinlich. Ja, Liverpool-Martin. Ja, ich will direkt den Blitzkau raus, von am Anfang, weißt du? Und, Leute... Ne, 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 ne. Ja, doch, warten wir ab, Leute. Es hatten letztens einige in die Kommentare geschrieben, dass wir das bei 3 beim Stand... Oder wenn einer 3 hatte, 3 Coins habe ich, by the way, 1-0 für mich. Oder hast du schon was? Nö, nö, nö. Ja, okay, also letztens hatten welche in den Kommentaren geschrieben, dass wir bei 3 Punkten schon verraten wollten, was die Bestrafung ist, Leute. Wir haben immer gesagt, wenn der erste 4 mit 4 Punkten führt, dann werden wir die Bestrafung verraten, weil es dann ja bis 5 geht und dann richtig spannend wird. Deswegen, Leute, nicht bei 3, sondern bei 4. Also beim nächsten Blitzkau, seid gespannt, wird es die Bestrafung geben, beziehungsweise... Nein, nein, nicht beim nächsten, da steht ja 3-2. Wenn du das nächste machst, dann sagen wir immer noch nichts. Ja, stimmt, wenn ich das nächste mache. Also, ihr wisst Bescheid, dann wird erstmal... Ich habe auch diesen Harit gezogen gerade. Ja, siehste, wir müssen uns darauf achten, der ist echt immer am Start. Okay, Bro. Der kam sogar bei mir raus, Digga. Echt? Boah, das ist nochmal eine extra... Das ist nochmal extra heftig. Ich kenne mal meinen ersten 50k-Pack, Bro. 3-2-1. Free Coins, 1-2-1. Let's go, egal, ich meinte hier ein Blitzkau. Come on, mit einer Food Birthday Card. Das war schon mal... Ten of the Food Birthday Card. Mit so einem Cristiano Ronaldo könnte man es auf jeden Fall gut abschließen. So ein Blitzkau, so ein FIFA-Bing mit einem Blitzkau. Ach, Adurins, ist das schlecht, Mann. 50k-Pack, Adurins, 84 gerated. Das ist jetzt neu, Bro. Soll ich auch mal zu meinem ersten kommen? Mach noch eins zu Apex hier, nicht direkt in der Ball. Ja, du hast Angst, ne? Da laufen die Schweißtropfen schon runter. Die Schweißtropfen laufen komplett runter. Ich will kein Blitzkau in der Eckkasschen, ey. Da laufen die Schweißtropfen schon runter, Leute. Ja, mach, komm, mach, mach, wie du willst. Ist ja deine Entscheidung. Der hat ja richtig Eier flattern, Leute. Alter, der ist ja richtig hier am Struggle. Ja, man kann, man darf nicht unterschätzen, ne? Du weißt selber, die 50k-Packs. Junge, schon wieder ein 83er. Die 15k-Packs gehen aber auch gerade ab, hier. Na, aber mir denke ich, ich werde jetzt meinen ersten Joker öffnen. Portugal, Bro, es können natürlich kein Rolado werden. Brauchst du nicht vorlesen, Portugal. Da gibt es einen Special-Karten. Brauchst du echt vorlesen. Ciao, Mario. Vor allem vorlesen, Digga. Okay, hast du 50k-Packs? Oh, noch noch Free-Coins. Machst du 50k-Packs? Ja, ich gebe mir gerade noch meine Free-Coins. Boah, gell, ja. Jetzt drücke ich R2, Pack abstoßen und jetzt geht's los, Digga. Okay, hau raus, Digga. Ich bin gespannt, Mann. Are you ready? Ja, hau raus, Digga. Come on. Are you ready? Yep. Are you ready? Let's go. Okay, komm. Okay, hast du von Birthday vielleicht? Hallo? Nicht mal ein 83er höre ich da irgendwie so raus, wo ich nichts höre? Das heißt schon mal wieder nichts Gutes. Nicht mal 83er, oder was? Savage, Junge, Savage. Savage, Junge, aus dem 50k-Pack. Ich kriege einen Knacks. Was hat der für ein Rating? 82. 82 ist bitter. Okay, die Special-Karten sind alle heftig, aber das ist natürlich echt bitter. Ey, das ist immer das Bitterste, was überhaupt passieren kann. Ey, nicht mal eine Wende hier in einem 50k-Joker-Pack, das echt... Ach, ich zieh grad auch... Ich hab jetzt schon einigen 83er gezogen, aber die bringen halt alle gar nichts. Ah, warte mal, ich hab doch Arduriz gezogen eben. 84er. Ey, 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 nicht schummeln jetzt hier, nicht schummeln jetzt hier. Ja, normal zählt das, ey. Hab ich doch... Hab ich doch... Bewusst hier, hab ich mir das jetzt auch gespart. Schon wieder auf 3-4-0, also 2-1 für mich, ne? 2-1 für dich, oder was? Ja, ja, ganz easy hier, kenn ich nix, Digga. Die Führung ist wieder zurückerobert. Ja, Arduriz, den nehm ich schon gar nicht mehr wahr, Alter, ey, so schlecht. Ja, hab ich gar nicht wahrgenommen. Könntest du den ersetzen, du würdest ihn cool ablösen, ne? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, ey. Vielleicht wünschen sich dann alle doch wieder Arduriz. Oh, warte, warte, 83er, Spaß zur Seite, jetzt wird's nämlich ernst, Till, für dich. Portugal, linker Flügel, wird es Ronaldo, nein, es wird Nani, Leute, buuuh. Ey, Ronaldo brauchst jetzt schon den rechten Flügel, Digga, ist jetzt auf der anderen Seite. Junge, in jedem Bingo, ne? Immer Nani. Jede Woche Bingo ist einmal Nani dabei. Entweder mein Video oder in deinem Video. Ja, da hast du recht, ey. Ey, und ich könnte mal jetzt hier langsam... Was ist das hier für eine Scheiße? Ich glaube, ich mach mein nächstes 50k-Pack, bro. Na, jetzt schon. Ja, das hat keinen Sinn hier, Alter. Gib dir, komm, gib dir. Oh, ey, Free-Pack, was hab ich für ein Free-Pack? Ein Gold-Set, Digga. Was ist denn ein 5k-Pack oder so? Ich hab schon mal ein 25k-Pack-Free-Pack bekommen, Digga, das war nice, aber... Okay, ich mach mein zweites Joker-Pack, Digga. 50k-Pack, bitte. Warte, 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 jetzt geht's hier direkt weiter, back to back. Ich hab's schon rausgehauen, by the way. Hey, Deutschland. Wieder keiner von Birthday, by the way. 84er. Oh, Spanien. 84er, Sané. Rechts verteid... Mein Gott, Kavachal, der war letztens Europa-Pack to Glory. Ey, Junge, 84er, Kavachal. Jetzt sag mal, really, ey, was sind das für Packs gerade, man? Ich glaube, es steht 2-2, ne, Bro? Was hast du denn? Sané. Oh, ja, dann steht 84er, ne? Scheiße, 2-2. Junge, was ist das für eine Kacki hier gerade, man? Ey, ey, ihr seid so gierig wieder, man. Das ist unfassbar. Ich will nur eine Food-Birthday-Card, man. Come on, die Animation sieht so fresh aus, ey. Komm, jetzt... Ach, natürlich nicht, ey. Digga, ich muss jetzt auch mal eine ziehen. Ich hab nämlich noch gar keine gezogen. Ich muss mal diese Animation kennenlernen. Ich muss die mal auf mich, auf mich so gehen, so... Ich muss mich mal zurücklehnen, dann Food-Birthday ziehen und mir das richtig gönnen. Du musst sie mal inhalieren, Alter. Das sieht mich richtig falsch aus. Ja, richtig cool inhalieren. Aber foole Möhre inhalieren. Ach, komm, jetzt vielleicht. Es gibt so viele heftige, man. Es gibt 4 oder 5 90er-Plus-Spieler davon. Davon musst du aber erstmal überhaupt eine ziehen. Oh, Mann. Aber sobald es einer von diesen ist, pack, ist es ein Blitzi. Ja, das stimmt natürlich. Dann ist es ein Blitzi, Digga. Oh, schon wieder Aritz. Wann, hau ab, Junge. Wie viele Spieler waren hier gerade drin. Ey, das ist ja bei mir. Keine Ahnung, ich hab die ganze Zeit voll die Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Bitte EA, holt mal was raus jetzt hier. Come on, bitte Food-Birthday. Ey, wie schlecht sind die 15k-Pigs? Jungen, die waren echt... 83 plus. England, ZM, Liverpool und der gute alte Lelena. Man kennt ihn mittlerweile. Twilight. Das schmeckt doch, ja? Ey, wir sagen uns ja immer wieder, die 15k-Pigs waren in FIFA 17 so viel besser, ne? Das ist echt, die haben die runtergeschraubt, halt. Aber richtig, ey. Aber richtig, ey. Ich heb gleich mein Bein und ford sie einmal so ins Mikrofon, weil die Peck sind gerade so... Ja, Junge, die Peck sind so schlecht. Nichts geben. Das ist eine Katastrophe hier, gerade. Ey, das labert hier schon wieder öffentlich im Video. Das kann vor Gericht gegen mich verwendet werden. Ey, juckt der wieder gar nicht alles Videobeweis. Mit Videobeweis. Creme. Okay, hau raus. Come on. Ey, Junge, ich kriege jemanden. Ich sitze jetzt schon im Schneidersitz auf meinem Stuhl, Digga. Ich kriege nicht mal irgendwie... Pelé. Junge, halt das Maul, Lone-Rap Pelé. Der Torwart, ey. Geh doch bitte. Hör einfach auf, ey. Geh nach Hause, Mann. Was soll ich schütteln? Leute, wusstet ihr, dass Till eigentlich gar keinen Schneidersitz kann, weil er so unbeweglich ist? Was armest du, Alter? Wer sitzt denn hier im Schneidersitz, Alter? Wer sitzt im Schneidersitz? Sag mal, Reed, wer sitzt du, Alter? Ganz komisch. Komisch. Ja, das ist zu fresh, Digga. Leute, sag mal ehrlich. Hey, Hashtag Schneidersitz ab in die Kommentare. Fall ja, ey, ich gar nicht, Digga. Wir kommen ja auf zu dumme Gedanken, ganz ehrlich, weil wir so schlechte Packs sehen, dann kommen wir auf zu einem, ne? Du benimmst dich schon wieder wie eine offene Hose, hier. Übertreibst du jetzt nicht, Alter? Übertreibst du jetzt ehrlich nicht, Digga. Oh, Mann, ich will jetzt so böse, ich mach jetzt gleich nur noch, ich mach jetzt gleich nur noch 50 K-Packs auf, jub mich gar nicht, ne? Schwörst ja, Alter. Komm, mach mal. Trau dich doch, trau dich doch, trau dich doch. Ja, 83er Plus. Trau dich doch deine FIFA Points wegzuballern. Komm, 83er Plus, Brasilien. Z.I.V. Nochmal, Marquinhos. Ja, und das ist doch klar. 15 K-Packs oder 50er? 15. Ich mach jetzt, ich mach jetzt noch einfach 50 K-Packs auf, jub mich gar nicht. Boah, 3,83er, Alter. Egal, das ist ein Pack, aber bringt mir gar nichts. Egal, das ist eine geile Sache. Komm, öffn dir doch mal ein paar 50er, Digga. Ja, ich mach jetzt, ich mach jetzt zwei hintereinander, okay? Zwei 50 K-Packs hintereinander, Leute, für euch, damit ihr überhaupt was auf eure Euglein bekommt hier, okay. Hau raus, come on. Wenn jetzt hier nichts drin ist, Alter, dann raste ich echt aus. Oh mein Gott, komm, Alter. Geh doch mal auf, Alter, nicht mal ein 83er. Das ist so schlecht, ey. Komm, öffn dir noch mehr. Komm, gib ihn. Ey, das ist so schlecht, Leute. Ey, Junge, wie schlecht ist das, Mann? Das kann doch nicht dein Ernst sein. EA, ihr seid so geizig, schon wieder Harit, ey. Ich kotze gleich, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der Typ ist in jedem Pack, Mann. Okay, come on, 50 K-Packs, ab geht's. Bitte, EA, haut was raus. Come on, Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, in Form. Ey. Ich hab auch ein 83er, warte, jetzt geht's los hier bei beiden. Jetzt richtig spannend, Leute. Stürmer. Deutschland? Wisst es, Digga. Ach, Rodrigo. Rodrigo bei mir, Digga. 83er, Rodrigo, was hast du? 84er, Kedira. Sogar ein 15 K-Pack ist besser als dein 50 K-Pack. Komm, sieh doch noch mehr, trau dich doch. Drei Info ist dein Pack, Alter. Was ist denn hier los? Was? Drei Info? Bringt mir aber gar nichts, Alter. Was hast du jetzt? Ich hab, äh, 3 K-Pack, du? Naja, ich hab immer noch nur 2, ne? Läuft, Digga. Okay, ich muss kurz FIFA Points aufladen, wir müssen Pause machen. So, Leute, ich hab jetzt nochmal hier 24.000 FIFA Points aufgeladen, Alter. Schon mal für die nächsten Bingos und so weiter, ey. Das ist so bitter. Wir sind so viele Packs gezogen. Wir machen jetzt noch beide 51 K-Pack. Bist du bereit? I'm ready. Okay, 3, 2, 1. Meins wird seins zerstören. Let's go, ey. Ey, ich wollte euch wenigstens noch eine Foot Birthday Card, Leute, zeigen, Leute. Komm, 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 komm. Ja. Ja, ha. Ach, man. Portugal, ZM, Leicester, Silber, Digga, ist so schlecht. Ey, okay, einen Pack mach ich noch. Du kannst kurz abwarten, Leute. Ich will euch noch irgendwas zeigen. Ich will euch noch eine Foot Birthday Card zeigen. Es kann nicht so schwer sein. Was hast du überhaupt gezogen? Ich hab Birky gezogen, Bro. Birky, Birky, Birky. Scheiße. 84er Birky. Wir werden heute so verarscht, Leute. Leute, ich werde das rechtlich, ich werde dagegen rechtlich, vorgehen, wenn Till jetzt hier ein Blitz-Code rauszieht. Ich will meine FIFA Points zurückhaben. Komm, ey, Junge, ich will doch nur eine Scheiß Foot Birthday Cards euch zeigen, Mann. Das gibt's doch nicht. Korea, linkes Mittelfeld, Son. Junge, hör doch auf, 83er rated Son. Okay, mach noch ein Pack. Ich übertreib dich, wie viel hast du jetzt gezogen in diesem Video? Ja, okay, wenn ich jetzt ein Blitz-Code ziehe, dann zählt das nicht, weil eigentlich haben wir, eigentlich habe ich ja nicht so viel der Joker auf und ich will nur den Leuten jetzt noch was zeigen hier. Die sollen ja auch auf ihre Kosten kommen, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, komm, ich hab jetzt noch zwei Packs, ich mach einfach nur beide. Ich bin süchtig, Alter. Der ist echt süchtig. Ja, von Birky. Komm, Junge. Ich hab's euch, ihr habt nur drauf gewartet. Italien, ZM, wer ist das? Rom, wer ist das? Florenzi, 86er. Sogar Walkouts. Ja, Mann, Florenzi. Das hat sich... Oh, was hat der denn für Werte? Alles über 80. Scheiß die Wander, Alter. Was ist das denn? Roll it gang, aber komplett. Hashtag Roll it gang, Leute. Das hat sich ausgezahlt, dafür, dass ich hier nochmal so viel Cash für euch ausgegeben habe. Aber Leute, dafür müsst ihr jetzt einen Like-Dropen. Und ein Bar P auch noch. 400k Price Range. Den gibt's nicht auf dem Transfermarkt. 400k. Oh, mein Gott, Alter. Den gibt's nicht mal. Ich, ey, Leute. Es hat sich gelohnt, Leute. Das war's von diesem Bingo, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, ich hab jetzt extra nochmal so viel Geld für mich rausgehauen, Leute. Lasst nochmal ein Like dafür da, Leute. Checkt die Episode bei Tim aus. Und ihr wisst es, checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus, falls ihr mich wieder unterstützen wollt, Leute. Das Geld, das ich gerade ausgegeben hab, muss ja auch irgendwie wieder reinkommen. Nee, ihr wisst den Scheid, Leute. Also, checkt gerne meinen Shop aus, falls ihr ihn noch was für Ostern holen wollt. Leute, Link ist oben in der Beschreibung, ihr wisst es. Momentan gibt es noch die Special-Aktion. Zu jedem Hoodie gibt es einen Gratis-Autogramm-Kader dazu. Und die fresheste Tasse aller Zeiten, die goldene Nice-Tasse, Leute. Gibt's auch noch gratis dazu. Also, gerne absteigen, Link ist oben, wir schreiben uns gut. Haut rein, Leute. Checkt die Episode bei Tim aus. Da war auch noch Food Worth, der Kader-Kader-Kader rein. Und Peace. Ciao.